Etwas, das ihr von mir aus dem Yoga kennt, mit Wellen, kann man auch Treppen mit dem Stock machen, nämlich die Plantarfaste und dabei nicht im Kniechen heben, sondern eher Stelzenteile mit Gewichtsverlagerung, um besonders gut an die Areale heranzukommen. Ein bisschen hin und her riechen oder dich drauf plutsen lassen und die Welle durch dich hindurch fließen lassen.